Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ja Freunde, das letzte Mal haben wir ja aufgeräumt gegen die dicken Typen und viele kleine. Und ja, sieht gut aus, ne? Ja, bald heißt es Finale. Oh ja, es dauert nicht mehr lange, Freunde. Das haben wir uns aber auch verdient dann. Aber es ist noch nicht geschafft. So, ich nehme mal an, wir müssen da hin, genau. Die beiden Karten jetzt einsetzen. Aber jetzt kommen die ekelhaftesten Stellen im ganzen Spiel, John. Ach, du machst mir so Mut. Ja, ich kenne es halt nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da bist du ja eh überall nach einem Treffer fast schon tot. Ach, da muss das ja für dich schalber Urlaub jetzt sein, ja. Ja, es geht, aber... Ja, es geht, aber... Ja, es geht, aber... Ja, ich höre dir. Du lässt dich nicht auf einen Moment auf einen Moment bringen. Davon hatten wir es ja schon mal, mein Lieblingsspielelement. Und das wird hier auf die Spitze getrieben, leider. Oh nein. Ihr plans are finished, Wesker. There's no way out this time. Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Let's go. Oroboros Every day, humans come one step closer to self-destruction I'm not destroying the world, I'm saving it This guy's lost This may be our only chance Do it Things are really getting interesting now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Either way, I'm not gonna stop until I'm dead Well then, I'll just have to kill you quickly Wow Oh, man Mit einer der coolsten Sequenzen, find ich Oh, okay, okay So, warte, mach ich jetzt mal das Licht aus? Ah, ja, okay Oh, da sind Raketenwerfer Ah, den braucht man nicht unbedingt Also, auf schwer braucht man schon eine Rakete Okay Aber hier ist es eigentlich auch so machbar Okay, ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier machen, aber du machst einfach mal das Licht aus, das klingt gut Ja, dann sieht er uns nicht, der hat ja immer so eine schicke Sonnenbrille auf Ja, das ist natürlich Und da denkt er immer, ja, jetzt bin ich Image Fail dann, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall Was ist denn, wenn man da Oh, nö, nicht zu mir gucken Nein Hau ab, du stinker Das muss halt einer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen Okay, das wird er dann ruhig machen Und dann kann der andere eben von hinten in den Kopf schießen, das hilft halt am meisten Ja, okay, also das Licht ist jetzt aus für seine Verhältnisse, ist ja hier immer noch relativ fett, oder? Oh Gott, was macht er jetzt? Ach ja Der schmeißt jetzt Raketen auf uns, da müssen wir echt aufpassen Ich weiß gar nicht, wo er hin soll Ansonsten hol du ruhig mal den Raketenwerfer, ich hab hier schon eine Rakete Können wir zumindest zweimal auf den Ballern Warte mal, hab ich überhaupt Platz? Ne, ich hab ja eh keinen Platz, ich muss erst ein bisschen nur was verballern bei ihm Ich muss sagen, ich wechsle die Waffe Ah, da ist er ja, hi Ja, okay, was machst du mit mir? Au, oh Okay War das ein Instant-Dev? Ich denke, ja Oh Gott Scheiße Okay Ich glaube, er hat Instant, ja Er hat definitiv Instant-Death Ja, schön Erstmal ein Quicktime davor, und ja Ich glaube, es war nicht L und R1, es waren die Zweiertassen, die hinteren, die ich drücken sollte Okay, das nächste Mal dann Man ist aber schnell tot hier bei ihm, muss man sagen Es geht unglaublich schnell, ja Das ist schon ein bisschen zu schnell Erstmal wieder reinkommen hier, ist ja schlimm So, Schätzchen, erstmal verkaufen Wunderbar, oh, das gibt ja richtig Geld, dieser Stein der Macht Ach, Mist, könnte ich mehr, mach's nächstes Mal Ich hab's da Erstmal aufteilen, am besten, dann kriegt er uns schlechter Schauen wir mal da lang Schauen wir mal das Licht aus, zack Hau ab, weiss gar Ja, ich war am Schalter und du triffst mich. Du kleiner Arsch-Clown. Ach, ich wäre das sein Motiv, nie schlau. Du bist überbevölkert, Wesker. Oder überflüssig, eher gesagt. So, jetzt haben wir das Licht ausgemacht und jetzt. Ah ja. So. So läuft das also, schön. Okay. Die Theorie sitzt also. Jetzt musst du hin. Scheiße, ich bin so weit weg. Ah, shit. Boah, okay, hat nicht gesehen. Ich war's nicht. So, warte, leck mal ab. Nee, lauf weg von mir, lauf weg von mir. Ja, okay. Kann ich mir den Hinterkopf schießen. Okay, den interessiert nur... Ah! Was macht der? Will er zu dir, oder? Nee. Hallo, hier bin ich. Nicht auf ihn schießen. Sonst weicht er auch so ein Treppchen nicht mehr. Okay. Okay. Einfach nur, dass er auf dich zuläuft und dann immer so ein Stück von ihm Abstand halten. Okay. Chris, siehst du mich? Äh, Wesker. Okay, er hat dich im Visier. Ja gut, er sieht halt nix. Obwohl er die Brille abgezogen hat. Ich glaub, jetzt hat er mich. Ja. Oder? Hast du mich? Ja, er geht mir nach. Äh, warum kann ich die Rakete nicht einsetzen? Das ist ja bescheuert. Hat die eine Abklingzeit, oder was? Nein, nein, jetzt. Ich muss so nachladen. Ah, okay. So, warte. Ah, hier ist es nicht. Sssst. Ah, hier ist es nicht. Okay. Achtung. Sehr schön. So, jetzt mit der Pistole auf das Ding, oder wie auch immer, auf die Rakete. Ja. Ach, treff. Komm. Jawoll. Das muss doch wehtun, Wesker. So, diesmal bin ich auch nah dran. Nein. Ah. Shit. Der Penner macht das Licht immer wieder an. Nein, ich hab gedrückt. Oh, verdammt. Okay. Ah, gut. Er macht mich immer ein Instant-Kill, aber... Ja, man... Nur wenn man genau direkt vor ihm steht. War zumindest das letzte Mal so. Okay, okay. Es sieht hier noch... Nicht weg ran, nicht weg ran, wat? Hihi, dih, dih. Hahaha. Du Penner, fang mich. Hahaha. Das wäre zu geil, wenn er hinter einem herwetzt. Oh, ich hab keine Muni mehr. Das ist schlecht. Also noch ein Magazin halt. Okay. Guck mich nicht an. So, wo ist er denn jetzt? Du hast es nie gemacht. Du hast es nie gemacht. Du hast es nie angefangen. Wir müssen uns in der Hand gehen. Oh. Setz mal die Hoffnung. Ach nee, besser nicht. Oh, geh weg, geh weg. Jawoll. Na komm mal mit. Oh, ist er? Schwäschelt der? Kann ich mitmachen? Nein! Oh, dieses F und V. Aua, das tut doch weh. Das trifft man gar nicht. Oh, das war knapp. Diesen dummen Quicktail mit F und V. Wie soll ich das? Da muss ich komplett umgreifen hier. Ja, das muss das Schultertasten-Ding sein, den sie mir hier immer antun. Das ist total nervig, wenn man gerade am... Eieiei. Sonst was ist. Ich glaube, ich muss mich bei mal heilen hier. Nein, nein, komm her. Geht weiter. Na komm Chris. Äh, warum sag ich immer Chris zu ihm? So schlimm ist er auch nicht. Wesker, Mensch. Albert. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, ist er wieder Pissi. Wow, 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 wow. Immer noch? Ah, jetzt guck da. Titt, titt, titt. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib weg von mir. So. Danke. Jo. Okay, das nächste Mal muss er nicht heilen. Äh. Ja, ich hab Angst vor Wesker. Guck zur Böse. So, ja. Ist das all you have? Ist das all you have? Ich hab noch viel mehr, du Schwein. Ich hab mal ne Rakete, da oben sind noch welche. Ja. Ich bin mich der Meinung, man schafft ihn auch so eigentlich, aber... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh ja, schön. Aber wahrscheinlich dauert's nur ewig. So, er guckt... Er guckt... Er guckt mir nach, oder ne? Er biegt ab, hallo? So, was interessantes gesehen? Ja, jetzt kommt er wieder mir nach. Hallo. Ich bin doch viel. Er ist so wankelmütig, dieser Vollidiot. Ich bin dein Erzfeind! Komm zurück! Er ist hier oben! Hilfe! Kommst du runter, oder soll ich auch kommen? Ne, passt schon. Okay. Oder du kannst auch hochkommen, hier gibt's Raketen. Okay. Ah, ist zur Hölle. Der teleportiert sich hier oben. Teleportation ist da auch drauf, okay. Ich kann auch eine Rakete schnappen. Okay. Sag... Weil ich glaub, er ist grad sehr auf mich fixiert. Ich hab eine, ich hab eine, ja. Kannst du eigentlich runterkommen, warte? Ich lässt ihn unten, ja. Da ding, da ding, da ding, da ding. So, warte. Ich hab ihn gleich da. Ja. Jetzt wird er sich um. Oh, Penner! Hasten aber. Hat nicht mehr gereicht, mein Freund. Oh, Treffchen von da? Ja. So, jetzt. Wir müssen mal ganz schnell zusammen, dass du den Virus gibst. Komm her! Schnell gib, gib, gib! Mit F-Cloud, oder irgendwie. Ja, habs. Yes! Sauber! Wo ist das, Freund? War sein Kampf. War sein Kampf. War sein Kampf? War sein Kampf. War sein Kampf. War sein Kampf. Oh, Chris! Schiller, er ist weg. Hurry! Schiller, komm! Komm, komm, komm! Oh Gott! Sauber! Jetzt kommt die Stelle, an der Sabs und ich, glaube ich, 30 Mal ein Stück in Folge gestorben sind oder so. Oh, toll! Aber ich glaube, hier hast du mehr Reaktionszeit. Das sollte eigentlich machbar sein. Okay. It seems, I may have underestimated you, Chris. Save it, Wesker! There's no one left to help you now! I don't need anyone else. I have Ouroboros. In less than five minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Boroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Ich glaube, du hast dich verdrückt, John. Äh, ja. Ich hab aber, ich hab X gedrückt und ich hab noch in der rechten Moment A gedrückt, aber anscheinend zählt nur der erste Tastendruck. Ja, ja, ja. Deswegen, also du darfst keinen Fehler dir erlauben. Ja. Dass du auch überspringen willst. Ich hab' den Spruch, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich hab' den Spruch, ich kann ihn nicht mehr hören. Ja, wenn du schon 30 Mal gehört hast, hoffentlich, er wird uns nicht das gleiche Schicksal. Zu oft. Zu oft. Schau'n wir mal. War klar, jetzt ist der andere. Aber, hat geklappt. Aber, hat geklappt. Hast geschafft. Ahem. Bord? Gett reta. Ninationswertsternal. Werecro unas Mesopotamus will wannageførgieren, Özgöt um Krim Eigenauto, Haseigre. Ah, ja. Ha diu raus. Ja, ja. U Excellence wird und dabei. Ah, die Sau. All right, I'll go for the override lever. Cover me. You'll pay for that! Hang on! You'll pay for that! No! 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 Emergency landing protocol activated. You're taking the two of you, Winfrey! Spike? You're taking the two of you! Boah, Leute, wisst ihr, wie schwer es ist, bei so einem hier ganz ruhig zu sein? Ja, total. Ich meine, die ganze Zeit mitfiel, weil lass mich nicht halten! Ey, du weißt auch, wenn's drauf ankommt. Ja, dann klappt das, ne? Boah, du willst nicht wissen, wie oft hier gestorben sind, diese Absurdigkeit. War furchtbar. Man kann ja Quicktime-Events, da kann man ja sagen, was man will, aber gerade so, auch gerade zum Zuschauen ist es einfach geil, ne? Also... Ja, doch. Also, ich find's auch viel schöner, wenn man sich das im Nachhinein nochmal anschaut, weil man sieht halt, wie es geht, ne? Ja. Und, äh, normalerweise guckst du wirklich nur auf Knöpchen. Was kommt für ein Knopf? Richtig. Boah, 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 warte mal, ähm, kann ich dir kurz mal was auslagerungstechnisch geben, damit ich die Pistol-Muni nehmen kann, oder? Oder haben wir noch welche? Ja, gib mir mal die Schrot. Mhm. Warte mal, ich brauch hier nicht so viel, äh, 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 äh. Beziehungsweise... Ja, warte mal, ich geb dir einfach mal. So, jetzt kannst du nämlich erstmal vollladen. Genau. Ich brauch hier ja nichts außer Scharfschützengewehr, glaub ich. Ja. Freunde, das ist dann definitiv... Oh, ja, wir sind auch gut in der Zeit, seh ich gerade. Echt? Schon wieder? Ja, so schnell geht's, ne? Ja. Ich glaube, das große Finale wird uns dann im nächsten Part begegnen. Ich werde... Eventuell, der wird auch ein bisschen länger gehen dann, weil im Abspann, da mach ich nicht nochmal einen Cut rein, das ist klar. Okay, gut. Ja, dann... Joa, großes Finale. Sieht ja schon sehr... Hier ist heiß wie ein Vulkan. Heiß aus, ja. Ah, 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 ah. Dann sind wir mal mit mir. Ja, nach Wesker. Und dann aber gerne. Das musste jetzt sein, Entschuldigung. Kein Ding, ja. Okay, äh, ja, bis, äh, ja, bald, zum großen Finale. Tschüss.